Weil Gras kommt nicht rein Weil Gras kommt nicht Ist so aufregend Werde ich es schaffen Ich wollte eigentlich das untere haben Geh mir Schnittlauch ernten Da gibt es nichts Ich habe noch nie so was Doch ganz ganz selten Das da bleibt Ich würde sagen das hier wird alles Gras Jetzt noch nicht Wieso kannst du jetzt so wegbauen Dann hast du immer eine größere Chance Gras zu droppen Ja Da ist was drunter Da habe ich doch extra Cobblestone hingesetzt Ja jetzt Aber die ganze Hände Cobblestone ist ja nicht wert Voll jetzt bist du aber eh gleich du dran Ja in dem Sinne nicht haben wir voll Weil ähm Es ist auch noch Holz und Spitzhack Ich weiß nicht Ja da hast recht Ja sag mal wie lange braucht es so ein Baum zu wachsen Ich freue mich schon wenn ich den zweiten Baum habe ey Aber du wolltest ja unbedingt Pfackern bauen Ja Irgendwie sieht das scheiß Baustellen mäßig aus Ah guck mal Überleg mal Jetzt ist es voll groß geworden schon Die Insel Ich leg mal die Spitzhacke wieder weg Die da Tag Steine Dings da Aber ich kann nicht mal weglegen Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Und wenn ich Angst habe Mach ich das Halt Ob die Melone schon gebraucht wird Halt Ich hab Angst Das dauert Ewigkeiten so ne Melone Die Kouppelstone Die Kouppelstone mehr Klapp, aber das müsse trotzdem gehen. Soll ich das da kommen? Warte mal. Kann man es doch so machen. Jetzt haben wir gleich keine Spitzheit mehr. Jetzt haben wir gleich echt große Probleme. Eine. Es droppt aber nichts jetzt. Ja, da haben wir noch mehr, dann kriegen wir noch gut. Ich habe immer 6 Stück zu mir raus. Loco. Ja, bist du jetzt dran? Laufst du wieder. Eie, 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 Karamba. Was ist das? Ja, wie? Stuhl. Das Ding zieh mal. Nach anderer Seite. Zieh. Ach so, du meinst so. Ach so, jetzt kapier ich das. Ja, passt. Ähm. Ja, erstmal verbrennen. Ne, ich mache erstmal die Spitzhacke mal wieder kaputt wie vorher. Ja. Immer kriegst du die abgenutzt. Uff. Da wird die auch noch irgendwas hinlaufen. Ja, da muss irgendwas hin, das wir mit der Spitzhacke nicht kaputt machen. Ja. Genau. Du kannst ja Erde hinsetzen, da wo ich dann noch war. So, Spitzhacke. Ähm. Kaubel, 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 Kaubel. Trogelbecher. Trogelbecher, Trogelbecher. Trogelbecher, Trogelbecher. Trogelbecher, Trogelbecher. Trogelbecher, Trogelbecher. Ähm. Geh da schon mal rein. Spitzhacke. Ich würde sagen, du sitzt jetzt erst mal Erde hin, dann kann nämlich da schon mal Gras hinwachsen. Ähm. Mein falsches Ding. Ähm. Ich nehme erstmal Dreck. Ach, meinst du hier Dreck reinwerfen? Was heißt nicht werfen? Hier Dreck reinwerfen. Außer... Da hab ich... Ne, da würde ich nichts machen. Ähm. Nein, warte mal. Hier kann ich noch mal runter. Ich würd... Ich würd da gleich... Moment. Jetzt mach ich noch mal ein bisschen geschickter. So... 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 Und dann hier immer... So... Danke. Also das ist sicherer, weißt du? Ja, falls du dich mal runterbaust und dann denkst du... Ah, zum Glück hab ich vorhin was nie gebaut. Ja, guck. Ich meine Ideen. Wie gesagt. So, warte ich hab noch... Leg mal bitte die Affen. Ne. Ähm. So... Dann... So... Ah. Uff. Das ist aber knapp. Scheiß Schnee. Warum ist da überhaupt Schnee? Ja, schneid. Warum sollst kein Schnee da haben? Ähm. Ich glaub glaub das wäre um mir zu reden. Ähm. Ich glaub glaub das wäre um mir zu reden. Ähm. So... Ja, so ist es viel leichter. Erstmal so einen Grund zu bauen und dann halt einfach so weg bauen. So ist ähm... Ja, erstmal Cobblestone. Nein. So ist nicht. Warum sollte ich hier sterben? Nehmen wir einen Grund, wie ich hier sterben kann. Nein. Ja, dann spring schnell ins Wasser. Guck mal wie die Melone da drin ist. Ich denk der muss da drin. Warte. Ähm. Eine Idee, die ich noch schnell hab für die Melone. Ich weiß nicht ob es rechts oder links ist. Ne, es wächst so. Wie krieg ich das jetzt hier zurück? Shift. Ah ok. Wusste ich auch noch nicht. Ich spiele seit vielen Jahren Minecraft und wusste es noch nicht. Ja, so lange ist Minecraft auch noch nicht. Natürlich. Ja, seit vielen Jahren. Ich spiele seit drei Jahren noch keine Minecraft. Es sind jetzt vielleicht zwei Jahre dabei. Ja, zwei Jahre Minecraft sind viele Jahre. Eineinhalb Jahre sind auch schon viele. Eineinhalb Jahre. So circa eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Mit Start der Beta. Ja, Michi. Mit Michi hab ich noch gespielt. Das war nur eine mehr circa. Michi? Michi, Michi. Michi hab ich angefangen selber zu bauen. Ach dem Michi. Ja, da finde ich. Ja, da finde ich. Zeckt er da hinten. Da wo er immer hockt. Ähm. Ein schönes Baum. Ich verarsch mich. Das stelle ich jetzt noch eine Ewigkeit weit. Oder? Oh. Mal einmal so. Ah, die schneide ich so eine Weile. Wahrscheinlich. Das wird halt mal irgendwas alles unter. Das war richtig schön. Nee. Da kommt. Koppel. Ähm. Es bleibt erst mal da. So. Mir schmeckt das Rote besser. Nee. Ganz ehrlich. Ich hab als. Na sagen wir nicht als kleines Kind. Sondern. Sagen wir vor. Ja, aber schon ein paar Jahre her. Ähm. Ja. Schön gebrautig. Idiot. Ähm. Ich hab hier mein ganzes Taschengeld für Red Bull. Und was auch immer raus. Hab ich mal eine Zeit lang gemacht. Hab ich mir wirklich. 3 Liter Red Bull gekauft. Und mir sofort reingezogen. Da unten hast du noch 1,2. Was? Kann man sich für Red Bull was kaufen? Ja. Einfach Red Bull. Früher als kleines Kind. Literweise gekauft. Literweise. Und es gibt's ja so eine. So eine. So eine. So eine. 0,33 Liter Fläschle. Döschle. Bzw. es gibt ja gut. Es gibt auch noch. Größere. P.T. Flaschen. Ich bin auch. Das war ein. Das war ein Fail. Das war wirklich ein Fail. So würde ich sagen. Erstmal hier so. Dann würde ich eigentlich sagen. Machen wir hier so weiter. Dann hat nämlich auch das. Wasser genügend Schwung. Das Wasser hat dann auch irgendwann mal auf zu fließen. Das ist einfach so eine Stufe runter. Dann machen wir noch mal eine zweite Reihe dahinter. Du musst da auch noch Gras verbinden. Dann durch das geackerte geht's nicht durch. Das muss erstmal nach da. Mach's mal. Halt's aber nicht wachse. Das wächst sowieso nicht. Das wächst jetzt. Mach's aber nicht wachse. Also du wolltest dass ich das ganze so mach. So. Und dann hier Gras reinsetzt. Ja. Äh Dreck. Ja. Da und da. Und also die ganze Reihe jetzt. Ah. Drei. So. Ist das jetzt unnötig hier gerade Dings überhaupt fort? Nein. Ist nicht unnötig. Wir wollten ja eh. Da unten rausche ich jetzt mal. Guck 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 mal. ich mach jetzt erst mal hier dann gibt es nämlich alles Gras irgendwann mal hoff ich mal ach und Fackeln ähm ich glaub auch ein bisschen werden wir sehen mit der Zeit ob da ist um die Fackeln, der Schnee weg geht oder nicht na, ja können wir machen die Hose ja genau, zieh dir mal die Hose an Hendrik äh Hendrik wir haben ein kleines Problem langsam wir müssen halt immer sterben ach stimmt stimmt wir können ja sterben das ist ne schöne Idee scheiße schon mal Zeit ey ich bin nervös so ein Ding da bringt dann mach ich nochmal ne Runde dann haben wir 18 Uhr dann kann man zum Penny gehen ja dann machen wir nach deiner Runde dann machen wir dann eine Pause nochmal kann man machen ich dann kann ich so lange Rennen haben nämlich auch noch ja ist ok dann sollt ja hier dein Ding sollt ich schlag jetzt auch fertig ach komm jetzt aber nur so lange steam ja nicht genau Problem halt du darfst wirklich nicht sterben wie nicht sterben wenn du irgendwann werfst du dann ein Eimer oder so natürlich dann darfst du nicht sterben das ist klar wenn du ein Eimer hast das ist das ja dann darfst du sowieso ab dem Sack aber hier zwei Fails Wasser weg vor allem wenn das Wasser fällst ja das ist ja nicht sowieso klar oder wenn du runterfällst oder was Grundkorkensammlung Grundkorkensammlung alles von Panergames gekauft haben wir einen Panerbot ne der gute alte Panerbot bei Panergames ha 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 waaah Minecraft das gibt doch Minecraft ah man hier ah man hier ha 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 ha